Nach langer Zeit geht es für das Landestheater Coburg endlich wieder los. Mit dem Klassiker, die drei Musketiere, startet das Ensemble nun die Sommerfestspiele. Auf der Freilichtbühne am Herzog-Alfred-Brunnen im Hofgarten wurde nun auch das Programm der kommenden Spielzeit vorgestellt. Im kommenden Herbst sind einige Stücke geplant, die aufgrund der Pandemie warten mussten. Alle wollen unbedingt wieder spielen. Wir haben so oft auf die Generalprobe hingearbeitet, dann wurde das Stück in die Schublade gelegt. Und da liegen einige Stücke, die wir alle wieder rausholen werden. Und dadurch ist der Herbst sehr voll mit Premieren. Aber da die Stücke schon fertig sind, können wir das natürlich so eins nach dem anderen dann rausballern. Und ich hoffe, dass das Publikum genauso wartet und hofft und sich freut, wenn es dann wieder losgeht. Am Landestheater gibt es in dieser Saison ein paar Neuzugänge. So wird auch Lilian Prent, eine Schauspielerin aus München, zu einem festen Ensemble-Mitglied in dieser Spielzeit. Sie kann es kaum erwarten, live vor Publikum auf der Bühne zu stehen und den Menschen wieder einen persönlichen Austausch bieten zu können. Ich glaube, dass vor allem die ersten beiden Stücke, mit denen ich jetzt mein Engagement beginnen werde, bieten da ganz tolle Möglichkeiten. Eben Next to Normal mit wirklich einem Familiendrama, was aber so ein bisschen leicht verpackt daherkommt, aber glaube ich, ganz viel Raum gibt für ganz ernsthafte Empathie und Emotionen. Und dann eben das Weihnachtsmärchen. Und da freue ich mich wahnsinnig drauf, wirklich die Kinder, dass sie wieder was sehen dürfen und nicht irgendwie vor der Glotze hängen müssen, sondern sich echt in den Raum setzen dürfen, sich gegenseitig auch spüren dürfen und lachen und reagieren und alles in echt. Das wird, glaube ich, ganz, ganz toll. Auch in Corona-Zeiten kann man die Aufführungen bedenkenlos genießen. Hierfür hat das Landestheater ein Hygienekonzept ausgearbeitet. Bei einer Inzidenz zwischen 50 und 100 gilt eine Testpflicht. Bei einer Inzidenz unter 50 entfällt die Testung. Die Maske darf bei Aufführungen im Hofgarten auf den Plätzen abgenommen werden. Genauere Informationen hierzu auf der Homepage des Landestheaters. Auch das Programm ist auf der Webseite sowie in der Spielzeitbroschüre zu finden. Zunächst nur von September bis Dezember dieses Jahres.